Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Mit mir, Christian und Doma Und wie ihr seht habe ich jetzt die 1.4-01 Beta Aber noch kein Texturepick dafür Und ich frage mich, wie ich hier rauskommen soll Wenn es jetzt nach... achta Muss ich genau mal umgucken hier Doma, ich habe übrigens erfahren Es war ja ein Zombie in unserem Haus, ne? Man soll die Betten ein Feld von jeder Wand wegstellen Sonst passiert das mit den Zombies Das ist Kronk letztens auch passiert Das heißt, ich mach das so Sicher ist sicher, kann man ja ausprobieren Wieso haben wir 3 Betten? Achja, die erste war ja noch nie Ich mach mal Stäbe, ne? Ich mach mal Stäbe, ne? Ich mach mal Stäbe, ne? Das ist vollständig what's happened Ich mach mal Stäbe Ich mach mal Stäbe Ich mach mal Stäbe So ein Glas, ja ein Glas sammeln. Ja, ja. Ein Glas sammeln, ja. Fail. Nein, nein. Monster sind an, ne? Ja, ich denke mal. Habe ich zumindest in der Option vorher angemacht. Werden wir ja in der Nacht sehen. Ich glaube, ich mache das dir jetzt erstmal richtig. Ich habe eine Höhle gefunden. Alter, ich bin da oben. Wow, wow, Creeper, Creep. Lol. Tot? Nein. Aber er ist explodiert. Ja, was ist das dann? Ja. Halten. Wieso habe ich mir kein Schwert gemacht? Ich habe ein Schwert. Dein Hintern müsste man eigentlich auch noch mitmachen. Oh, krass. Noch eine Höhle? Ne, das ist gut. So, bauen wir hier erstmal ein bisschen zu. Ich habe schön eine Kost anbohlen. So viel. Dome, ich glaube, hier soll es ja auch Hunde oder Wölfe geben, das heißt, nimm dir immer schön Knochen mit. Ja. Das heißt, wir müssen bald mal Skelette töten. Mhm. Ja, Christian, das war auch sehr schlau. Oh. Das ist ein Not. Das ist ein Holz. Wow. Ganz viele Zombies. Spawner? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen, aber die verfolgen mich jetzt zu Zombies. Sind gerade im Wasser. Ich komme immer wieder und mache mir ein Schwert und dann... Ja. Und verknüren und dann werden wir sehen. Ja, aber ich muss vor allem und habe vergessen, dass ich da ja noch ein paar zwei Bilder frei lassen muss. Soll ich das Sand gleich in den Ofen legen? Oh, ich bin doch ein Loh. Iken. Was denn? Ich krieg's nicht gebacken, dass in den Ofen zu liegen. Warum nicht? Keine Ahnung. Geht's nicht. Eigentlich. So. Fertig muss ich sagen. Ich weiß nicht. Oh, no. Das ist ein guter Mann, das ist ein guter Mann. Dann gehen wir noch mal da oben und dann steigen wir. Tut mir leid, dass in der letzten Zeit nicht so viele neue Videos gekommen sind. Ja, viel zu tun. Wir sind schon da. So, wir machen. Aber es werden in der nächsten Zeit noch mal mehr. Denk ich mal. Hoffentlich mal. Wo, wo, wo. Komm lieber zurück. Wer hat hier alle Türen aufgemacht? Haben wir noch Holz? Ja. Das muss ich jetzt noch ganz schnell machen. Nein. Ja. Hopp. Best. Scheiße. Ey, nur mal. Ja, genau. Wunderbar bitte zu. Oh. Oh. Ey. Komm rein und bitte mach die Türen hinter dir zu. Habe ich dir nur. Wollen wir das dahinter nicht noch einheitlich machen? Also irgendwie. Curlstone oder so. Hinter dem Glas. Weiß ich. Ich bin eh noch nicht fertig. Kann man dann später immer noch machen. Auf jeden Fall. Spinnen oder so können hier nicht her. Das heißt, unser Keller ist auch sicher. Es bauen natürlich hier nicht so. Durch. Kann man es mal ins Bett nehmen. Ich bin gespannt ob man sich irgendwann mal... Hund oder Wolf oder was es dann ist entamen kann oder so. Muss ich mal bald mal ausprobieren. Jo. So. Ich geh jetzt weiter. Oh. 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 Was machst du denn? Ja, ich hab nicht gesehen, dass du da... Ach, jetzt hat er... Ach, jetzt hat er... Oh. 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 Maum, wir runter zu springen. Hey. Die Knochen und Pfeile. eau Ah, diecios. åt' So ein Kago. Aber ich brauche mehr Holz. Da wir keinen Boden unter die Wände gemacht haben. Ich hoffe 20 reicht erstmal. Ich hoffe das klappt auch gut am Brutzeln. Gut, gut, gut. Ach ne Kieles. Wo sind die Monster in der Höhle hin? Schöne Kammelhöhle. Schöne Kammelhöhle. Oh, hier könnte man ein guter Haus reinbauen. Das ist ein Haus drauf. Ach ne. Das ist ja. Ein bisschen öffnet mich dieser Sand auch noch. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Hallo Creeper. Hallo Creeper. Hallo Creeper. Ach ne. Ach ne, er will wegz. Ach ne. Ah ne... Hey, da ist ein Skelett. Mit Töten und Knochen. Ich muss jetzt Glas machen. Ganz direkt damit machen. Und Spinner. Werk. Werk.